Musik 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 Ja Ist zwar eigentlich gar nicht fair, aber gut Dann Und sich nicht, weil ich ein bisschen mehr gespielt habe Uff Uff Digga, Max, Max, Max Ich hab nur Scheiße, wenn du das wissen willst Weil du hast die Items deaktiviert Wie Ah ne, kann ich einfach nicht nehmen, weil Du dran bist Nein Das ist denen, die man hinten kennt Na gut, schweren Berg nah So weit Ja Ja Black hole, save my ass What Joooo Ja Black hole, fuck your ass Du könntest einfach nach oben schießen, hoffen es wird rüber gelutscht So leicht nach oben Schon mittelstark senkrecht hoch Ja mittelstark schon Ja Boah, war doch nicht mal schlecht Jo, das war knapp, alter Ja Danke Black hole Ich hab dich sogar getroffen, wär's ne andere Raffe gewesen Und nicht nur einmal, wo man wieder zurückgeht Wir finden dieses Game hier echt wahnsinnig mal scheiße Das hier finde ich hat ne längere Langzeit Motivation sich mal hochzuleveln Wie Irgendwie was anderes Na gut, aber die Waffe bringt die halt nix Selbst wenn die einmal trifft So, äh, danach springt er ins Nirvanum Boom Und tschüss Ja Nein Er ist dran Nein Eck Ja Nein, da war nicht ohne Digga, gefehlt Digga, ich mach jetzt was Nein, geht nicht Muss ich von oben schießen, komm schon Hier kann Du hast Heilcour und du musst echt nicht stark Und dann einfach über die Kante Aber einfach so Ja, bitte auch Digga, was mit dir? Bist du jetzt ein Spech geworden, oder was? In dem Game, muss ich sagen, hab ich eigentlich ziemlich viel Aim Max, das tut mir wirklich leid, aber Warum? Frage ich mich halt oft Ich muss Warum flängst du damit an? Ich muss Ich muss Ich muss Ich muss Das tut mir leid Es tut mir ja leid Es tut mir ja leid Nein Ja Du Lacker, Digga Du Lacker, dass es einen Millimeter drüber ist, Digga Du Lacker, Digga Du Lacker, Alter Du Lacker, Alter Sehr gut Was? Ja Digga Der geht's Oh Digga Ich hab halt jetzt nur noch Scheiße, ne? Das beginnt ist halt, dass ich schon nur noch irgendwie hier sowas hab In dein Gesicht der U-Kern irgendwelche Rückröller Oh ja, komm endlich her Oh ja, komm endlich her Nein Alter, aber wär das Yo Ich hätt, eigentlich hätt ich gut gehitet Yo Was ist das? Super Shots Acht Schaden Das ist halt fast noch das Doppel deren Leben, ne? Das ist halt fast noch das Doppel deren Leben, ne? Hast du echt viel rausgulst, so Hast du euch eingestellt, dass wir dieselben Waffen haben? Äh, ja, kann sein Hä? Bachbettum! Nein, ne Millimeter zu tief Ja, und du kriegst die Knaben Ja gut, aber wenn wir wirklich dieselben haben, hast du nur Scheiße Yo Wenn du eingestellt hast, wir haben dieselben Waffen, hast du echt nur Scheiße Das ist ja nur Kacke Bam, 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 bam 30 Damage Ah, 60, der war schöner Da hab ich eigentlich richtig schön im Kreis gedreht Komm, Skillshut Nix da 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 auf das Zweifach-Damage ins Portal und aus dem Portal raus, dass du mich triffst Ist sogar drin, ne? Ist sogar echt möglich Hey, was soll ich machen? Da das Zweifach-Damage draufschießen, dann in das Portal Es geht ja dann aus dem anderen in die Richtung weiter und dann triffst du mich Nicht in das Direkt auf das Zweifach-Damage Direkt auf das Zweifach-Damage in so einem schwachen Bogen ziehen, dass sie ins orangen Portal geht Und das müsste dann mich treffen, ungefähr, weil das geht ja in die Richtung weiter Manu denkt sich so im Leben nicht, ich schieß einfach senkrecht ohne Scheiß-Bahn Digga, es waren zwei Sekunden nur noch, ich konnte ja nicht überlegen, ich wollte es ja machen, aber ich konnte nicht Digga, es ist halt echt nur Scheiße, ne? Es ist halt so viel Scheiße, dass ich sogar schon anfange zu sagen, ein Mini-Pinger ist gut Der wollte echt 10 Schaden machen Ah, ich hab einigermaßen aufgeholt Nur noch 50 Schaden Unterschied, du hattest mal 100 Haaaaah! Dein Rohr steckt im Boden Das war geil Hüpf, Splaude! Ja, der hittet nicht Ja! 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 Nochmal! Ja! 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 Tolle Meile, Digga! Hüpf, Splaude, rein enttäuscht, junger Alter! Ja! Das sind nur noch Scheiß-Waffen, ne? Das ist ja auch nichts anderes, als ich die Störung nicht mehr rüber Oh, no! Drei Tags nach oben, oder so Nein! Er stört nicht! Meine Störung! Ja! Einen Lebenspunkt weniger, wie ich! Die Sub-Sniper vom Anfang, die wo ich nicht getötet hab, hab ich wieder eingeholt Das sind wieder genau auf Gleichstand Ja, Monde, aus der Distanz kannst du vergessen Ja, was ist das denn? Monde fliegen random! Die muss man gerade drauf zuballern Da könnte ich jetzt zum Beispiel Monde nehmen und hier einfach gerade einen Berg jaraken Bam, Junge! So zum Beispiel Das sind Monde, Alter, dafür machen die Sinn War jetzt bisschen blöd, weil der Berg war an sich meine Deckung Nein! Aber jetzt kann ich zu dir kommen Ich will aber nicht schon dir penetriert werden Nein! Au! Digga, wieso bist du so heftig in diesem Game? Weil ich dieses Game studiert hab! Nein, Digga, warum bin ich so scheiße? Ja gut, du weißt, was das bedeutet Du kriegst direkt nochmal eine hinterher Mann, ich komm ja halt nicht hoch Warum machen Bananen eigentlich in dem Game so viel Schaden? Digga, warum kommst du? Ja, okay, ja Du kannst da locker drüber schießen, Alter Schieß halt nicht hoch, sondern mach halt schwach rüber Das geht dann safe in meine Richtung Ja, so Ich hab doch genau... Digga, was? Weißt du was? Hier Fischchen für dich Kriegst du auch ein paar Fische Oh, neun Schaden Digga, warum machen Bananen mehr wie Fische, Digga? Sind schlappriger... Oh, aua, das tut weh Das tut weh Yes Nein! Ah, du Lucky Typ Ging nur ein bisschen was rüber Zahnrädchen Da wäre dann... Ich weiß auch, wieder rein da 18 Damage her Rutsch Ich hab halt nur noch Scheiße, ne? Ich hab halt nur noch Scheiße, ne? Hier noch so ne Palme irgendwie Fast selber getroffen Und du kriegst Waffen Luft Strike! Ja 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 gut, aber auch ein Area Strike finisht mich nicht Höchstens mit Crit Du müsstest... ne, ne Snipe hast du nicht Du hast dieselben Waffen eingestellt Das heißt, du kannst mir nur einen Luft Strike ins Gesicht tragen Der bleibt nicht liegen, wenn du den so hochschießt Lass mir, lass mir, lass mir Einzug 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 geht Einzug geht noch Ja komm, Einzug geht noch Ich kill dich ja auch nicht Ich schieß den Area Strike jetzt einfach zurück, ne? Ja, Digga, er hat den Todetit Ne, der killt dich nicht Nur 40 Schaden Dann lass mich Das ist nur 37 Digga, was hab ich hier für ne Scheiße Ich würde halt einen Area Strike zurückschießen, den schwachen Ja, genau Ja, genau Jetzt lass mir doch Einzug, Einzug, Einzug Hab ich ein Messer? Nein, Einzug! Ach, Mann Fliegenbogen bringen dich nicht um Mann Einzug, Einzug, Einzug Ja, gut, kommt drauf an, wieviel Schaden machen Free Boys Es macht's Das geht nicht GG Mann Drei Leben, Perfekt IHP Ich hab halt nix Du hast den Zug jetzt noch Ich hab nichts Ja Ich hab wirklich Die Bananen hast du noch Ja, aber die Dinger Die töten dich nicht, ja? Ich wollte dir gerade Fisch ins Gesicht schmeißen Ich wollte dir gerade Fisch ins Gesicht schmeißen Ich will gar nicht wissen, welche Waffen du bist, ist irgendwie weggefahren, du Idiot Das heißt, dein Double Damage nicht mehr so gut Grenade Ja, ist die einzige Waffe Ja, und er bleibt perfekt liegen Ja, ist klar Ja, gut, Digga, 150 Schaden direkt Ist logisch Oha, aber der war heftig Oha, aber der war heftig Yo Kobi Nein Er war... Ja, nein, die gehen alle nach links Alle nach links Digga, ist so klar Digga, aber halt auch dieser Double Damage da, ne? Nicht nur die Tatsache, dass du eigentlich eine schöne Granate geschmissen hast, sondern auch noch direkt der Double Damage Nein! Und die war wieder eher bitter Oha, Digga, ich bin so scheiße Nooo Nein Er war viel zu schwach, warum war das zu schwach? War letzte Runde nicht zu weak Nein! Yo Oha Jaaa! 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 Er hat reingeschissen Sagt der, der bis auf diese Granate keinen weiteren Hit getroffen hat und jetzt schon wieder nach oben aimt Ey Junge, nächste Runde spielen wir mal Rebound Ent... Heißt du... Dann geht nicht dieses Dumme nach oben eben nicht Mh, zu weit Jaaa! Er hat wieder ein perfektes Double! Gut, er nutzt es nicht, weil er lieber wieder nach oben schießt Jaaa! Es bleibt... Es bleibt... Er hat wieder nach oben Ey Junge! Jaaa! 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 Haaa! Jaaa! Jaaa! Ich bin jetzt ein bisschen Naiin! Jaaa! 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 ich habe ich noch dahin zu pehlen nein es geht nicht weit genug ich dachte da ging es so weit genug der wanger was hast du denn? katz für dicke dinge ich habe bevor du geschossen hast habe ich gesagt ja save schnell vorher gut 8 schaden jetzt ist es halt rum die kommen ja auch nicht mehr her ich habe noch einen bach ich bin nur noch so eine scheiße ne diese granate war dein damage ne nein diese granate war dein schaden sonst nichts ach dicke ich habe übelst viel damage gemacht guck doch mal ja junge von 200 waren 150 die granate und ja ist so klar ist so klar dass du jetzt natürlich wieder als erster dran bist sub sniper jaa 70 damage und der kann mich nicht hinten jaa jaa alles klar digga was er hat nicht roller geht durch ok woher hast du noch einen das war doch ein instant hit jetzt jetzt ob das kein instant hit war ja sub sniper woher hä war ein sub sniper ich war der luftangriff als ob du ich habe der luftangriff ausgewählt war ein sub sniper ja ich habe mich selber gehittet ich habe luftangriff ausgewählt du bist digga ja er macht nicht mal mehr folgt damit ich habe luftangriff ausgewählt gehabt ich bin enttäuscht ich habe luftangriff ja auch ausgewählt gehabt ich bin tolle meile trifft nicht mal das Doppel war ein millimeter auch noch neben dem Doppel vorbei okay na gut die waffen sind die scheiße älter was ist das digga was ist das denn eigentlich warum habe ich das auch da ist das einmal höflich ja muss man aber sagen für die granate am anfang habe ich mich doch am schluss noch eigentlich ganz gut geschlagen jetzt auf diesen fehler mit der sniper die ich echt nie ausgewählt hatte digga du gewinnst das ja aktuell habe ich gerade mal zwei gute hits echt gelandet äh ja gewinnst trotzdem du musst nur irgendwas sowas fischis ja gut fischis mach mich genug ich weiß ich will ja auch nicht töten ich will ja auch mit fischis töten ach digga wie hat er noch frei hartet hä max ich schieße zumindest noch normal ins gesicht wie hat er frei hartet hä okay hey gut an sich ist die höchste chance hä wo ging der schuss hin einen einzug lass ich dir noch ne kann ich nicht gewinnen nein ich wollte mit einem okay wahn ich wollte dich doch nein es killt dich nicht ja jetzt stell mal rebound einem bitte eine runde mal ja wieder us sarah we ein нев und die w